Amsterdam, Hückelhofen, Sarah Jane Wollny, 24, macht gemeinsam mit Freund Tino derzeit die Straßen Amsterdams unsicher und hält dabei auch ihre Fans auf dem Laufenden. Ein gewisses Viertel der niederländischen Hauptstadt sorgte nun jedoch für Fassungslosigkeit bei der 24-Jährigen. Sarah Jane Wollny arbeitet hauptberuflich als examinierte Altenpflegerin bei einem ambulanten Intensivpflegedienst und liebt ihren Job, trotz Schichtdienst und hohem Stresslevel, sehr, wie sie ihren knapp 200.000 Instagram-Fans schon häufig berichtet hatte. Doch auch die fleißige Wollny-Tochter braucht hin und wieder eine kleine Auszeit, um neue Kraft zu tanken und ihre Energiereserven aufzufüllen. So hatte Sarah Jane vergangene Woche ihren zweiwöchigen Urlaub angetreten und die Auszeit mit einem Trip in den Europapark nach Rust gestartet, wie sie ihren Fans in ihrer Story verraten hatte. Mit im Gepäck hatte die Wollny-Tochter dabei nicht nur jede Menge Vorfreude, sondern auch ihren liebsten Tino, mit dem sie bereits seit rund zwei Jahren liiert ist. Nachdem das Paar sämtliche Achterbahnen durchprobiert und andere Attraktionen bestaunt hatte, ging es für die beiden wieder zurück ins heimische Hückelhofen, allerdings nur für einen kurzen Zwischenstopp. Denn vor wenigen Tagen machten sich Sarah Jane und Tino Stann auf den Weg in die Niederlande, um die Straßen Amsterdams unsicher zu machen. Auf dem Programmplan der beiden stand dabei die obligatorische Grachtenfahrt durch die holländischen Kanäle sowie der Besuch zweier Museen der Stadt. Einen bleibenden Eindruck bei Sarah Jane hatte jedoch eine andere Attraktion hinterlassen, wie sie ihren Fans in ihrer Story schilderte, das Rotlichtviertel Amsterdams. Sarah Jane Wollny und Freund Tino Stann sind seit 2021 ein Paar. Sarah Jane Wollny dachte, sie ist im Film. Wir sind gestern die Straße vom Rotlichtmilieu entlanggegangen und läute. Ich war geschockt, offenbarte die TV-Bekanntheit, die Wollnys, gegenüber ihrer Community, während sie mit Tino bei feinstem Sonnenschein durch die Grachtenstadt schlenderte. Anlass für Sarah Jans Fassungslosigkeit waren die Prostituierten, die im Vergnügungsviertel in ihren Schaukästen sitzen und auf Kundschaft warten. Das muss man gesehen haben. Da sind wirklich so Schaufenster, da sind Türen dran und dann stehen da Frauen drin und tanzen, und wenn Männer drin sind, wird einfach der Vorhang vor der Glastür zugezogen. Das ist wirklich heftig, berichtete die 24-Jährige. Ich hab gedacht, ich bin im Film. Sowas gibt es doch nicht wirklich. Nachdem Sarah Jane jüngst eines Besseren belehrt wurde, musste sie die neu gewonnenen Eindrücke wohl erst einmal verarbeiten. Doch wie hatte eigentlich Tino reagiert? Während die 24-Jährige keinen Hehl aus ihrer Fassungslosigkeit gemacht hatte, ließ Sarah Jane offen, ob ihr Liebster ebenso schockiert von den Gepflogenheiten im Amsterdamer Rotlichtviertel war wie sie selbst. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020